Hallo, ich bin Andrin und ich bin zweiter Lehrer im KV und sortiert in der Abteilung Verkäuftätig. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören die Aufwärtererfassung. Dann nehme ich noch Telefon entgegen und leite sie die entsprechende Abteilung weiter. Die Betreuung des Empfangs fällt an und drunter. Zeig schliess Technik, wer ist? Hi Deborah, ich komme für dich mit einem Reparaturauftrag. Das ist Deborah und sie ist auch im Zotelier. Zurzeit ist sie im Service Innendienst tätig. Zu ihren Haupttätigkeiten gehören die Auftragserfassungen von Reparaturaufträgen, Bestellungen von Schlüsseln sowie auch von Zylindern. Sie hilft auch bei der Koordination mit und plant Techniker ein, wenn sie vor Ort nicht gehen und das auch bei Notfall. Wir lernen dich und in der Arbeit und Abteilung auch Anlässe organisieren. Einer der Anlässen ist der Lehrlingsanlass. Bei diesem nehmen alle Lehrlinge, Praktikanten und Berufspielerinnen teil. Den Anlass dürfen die Lernenden selber nach ihren Wünsten organisieren. Die Sitzungen werden auch selbstständig von den Lernenden und den Praktikanten abgehalten. Ist das Programm erstellt und in Ordnung, wird alles von den Lernenden reserviert und organisiert. Neben dem Lehrlingsanlass gibt es auch noch Sommerfest, Mini-Golf-Tunier und Weihnachtsessen, bei dem die ganze Firma teilnimmt. Bei der Organisation des Mini-Golf-Tuniers wird auch ein Lernenden mit eingebunden. So kann der Lernende die Erfahrung gesammelt für das Organisieren. Während deiner Lehrzeit bei der ZAUG Schliess-Technik AG profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten, finanzieller Unterstützung bei Sprachaufenthalt, sechs Wochen Ferien und viele Freizeit-Benefizzen wie zum Beispiel FCL-Spiel. Während deiner Lehre durchläufst du sechs Abteilungen. Die Abteilungen sind Faktura, Einkauf, Service, Verkauf, Schliesssystem und Finanzbuchhaltung. In diesen sechs Abteilungen kannst du Erfahrungen sammeln und findest so heraus, für was du dich interessierst und in welchem Bereich du in Zukunft weiter arbeiten möchtest. Nach der Lehre bei der ZAUG hast du die Chance dort zu bleiben und kannst die ersten Berufserfahrungen sammeln. Bewirb dich jetzt, weil die Lehre bei der ZAUG ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Lehre bei der ZAUG